Die Schuhe des Choregriffs Ein Ballett, die keine Geschichte hat, außer vielleicht die Geschichte, die Schule selbst. Aber ein Ballett, die wie ein Lehrbuch ist, die zeigt die klassische Niveau, jede Ausbildungsklasse, die Art von Ballet dünn, die möglich ist für jede Stufe. Die vor allem übt, wie man mit einer anderen tanzt. Als ich meine Recherche für das Beethoven-Projekt gemacht habe, habe ich entdeckt, dass Beethoven sehr viele Tänze in seiner früheren Wiener Zeit geschrieben hat. Für gesellschaftliche Dinge, für Wälder und solche Sachen. Und die sind sehr, sehr hübsch. Und ich habe mir überlegt, es wäre schön, 40 diese kleinen Tänze für die 40 Jahre, die wir das Familie gehabt haben, wunderbare Schule hier in Hamburg zu unterrichten. Das ist das Ballett. Vielen Dank. Eigentlich meine Aufgabe sage ich, mit jeder Schule, jede Klasse, die bei der Schule, diesen Moment zu teilen, die wirklich einmalig sind für einen Tänzer. Dass etwas an seiner Klasse mit ihm neu erfunden wird für jede Stufe, die bei der Schule. Und diese Momente, diese Zusammenarbeit ist für mich wirklich etwas, besonders toll und einmalig. ... ... ... Und wir haben einen guten Tag, einen guten Tag, einen guten Tag. Vor diesem gewissen Abendung beginnen, möchte ich einen ganz, ganz herzlichen Dank an alle Lehrer, die schon hier aussprechen. Denn in die Arbeit, diese verschiedenen Tänzer zu choreografieren, sie waren eine ständige Hilfe. Immer da mit Art für wie, weil ich bin normalerweise choreografisch für erwachsene Tänzer, was so eine Tänzer oder Tänzerin wirklich auf die Bühne machen kann, das zu entdecken. Und vor allem das dann nachher zu probieren. Vielen Dank, alle Lehrer. Jede, die 190 Schüler, die in diesem Projekt mitgebracht haben, haben mit mir dieses Ballet, wie du von deinen Bells bist, mit unterscheiden. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. 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 Ich wünsche Ihnen viel Spaß.